So, wir spielen heute mal wieder DayZ Origins und ich habe ja noch eine Rechnung offen. Wenn ihr euch zum Beispiel Schleichwerbung in einer Sache mal Folge 89 anseht, da wurde ich ja total überrascht von einer Mission, die quasi direkt vor meiner Tür stattfindet. Und ich habe mir da mal Verstärkung geholt. Die Weibe, Weibe ist doch jetzt richtig, ich verstehe immer nicht, wie ich das ausspricht. Weibe, Weibe, genau, Weibe. Und jetzt versuchen wir mal. Ich habe mir extra eine Knarre mit Nachtsicht genommen. Ob wir die Jungs da nicht irgendwie außer Reserve locken können. Ha! Und schon haben wir sie getriggert. Ich habe es gesehen, ja. Schon haben wir sie getriggert. Du hast dein Haus aber richtig nah daran gehört, ey. Jupp. So. Alter Falter, so. Jetzt müssen wir nur gucken, wann und wo die Jungs kommen. Ja, ich gehe mal so ein bisschen nach hinten, nicht, dass sie uns von da überraschen. Ups, und schon geht's los. Ich wollte gerade sagen, das warst jetzt nicht du, oder? Nein. Okay. Ich habe sie bloß keinen gesehen. Schon darf ich mich verbinden, na klasse. Oh, ich sehe sie, ich sehe sie. Die kommen von... ...vom Steinenschlag. Vom Steinbruch? Ja, Steinbruch, mancher. Da drüben sind die? Ich habe auf jeden Fall da Schüsse gehört und da auch gerade jemanden hinrennen sehen. Alter Scheiße. Na, die werden hier dieses kleine Waldstück hochrennen. Ach, jetzt darf ich mal Schmerzmittel nehmen. Boah. Fängt ja gut an, ey. Ach, weißt du, was scheißt drauf? Ich rotze jetzt mal hier die Grafikoptionen hoch. Ach, Quatsch. Sichtweite. Blödsinn. Kamera. So. Ah ja, doch. Die kommen hier links hoch. Du musst da aufpassen. Ah, ich sehe sie. Ich sehe sie da unten. Alles klar, ich sehe sie. Ich sehe sie. Nein! Mach doch sowas nicht. Lass mich doch nicht allein. Das kannst du doch nicht machen. Ey, ich wollte gerade zur Seite. Ich bringe mich erstmal in Sicherheit, damit du erstmal wieder kommen kannst. Ey, das kann aber echt nicht wahr sein. Weil alleine habe ich doch auch keinen Bock da. Ja, 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 warte. Ich bin ja gleich wieder da. Ja. Aber das ist... Oh, ich wollte gerade mich hinterm Baum verstecken. Hm. So ein Mist. Ach, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Voll idiotisch. Ja, so kann das gehen. Ach nee. Jetzt verliere ich hier die Verbindung. Nee. Nee, doch nicht. Hä? Er hat gerade angezeigt, ähm, hier, er hat runtergezählt, hier mit der roten Schrift von 10. Und jetzt bin ich plötzlich wieder da. Mhm. Ja, manchmal, da, keine Ahnung, kriege ich da keine Nachricht und dann, ähm... Na, steht auch hier unten. Und ich würde die Verbindung verlieren. Aber... Ach, scheiß Dreck. Jetzt darf ich mir erstmal wieder meine Knarre holen. Das heißt, ich darf einen ganz großen Bogen laufen. Mhm. Ich bin bei den großen Steinen hinter deinem Haus. Okay. Und werde dann erstmal schauen, ob die bis hier auch hochlatschen. Weil das müsste ich ja sehen, hier ist ja komplett keine Ahnung. Ja, ich muss mal sehen, wo ich jetzt borne. Und wieder, keine Ahnung, 300 oder 500 Punkte, weniger, ich weiß nicht, wie viel man da jetzt verliert. Chew Survivor, wen habe ich denn sonst immer genommen hier? Ach, nicht so ein hässlichen Vogel. Ich nehme hier Captain Paul Morris. Ich erinnere mich irgendwie an Chuck Norris. What's wrong with the server? Was soll mit dem falsch sein? Na, das gleiche wahrscheinlich, was ich auch hatte, haben die anderen nämlich mal. Okay. Ich bin jetzt... Na klar, am Arsch der Welt. Äh. Was bedeutet? Ähm, hinter Beilo. Ach. Naja, geht ja aber noch. Dauert jetzt ein paar Minuten. Okay, ach so, jetzt hat mein Skin gerade gewechselt, ich wollte schon noch was denn jetzt los. So, das war natürlich jetzt echt daneben. Vielleicht, ich werde mal am besten auf dem Weg die Feuerwache abklappern. Vielleicht habe ich Bock und finde da was zum Schießen. Damit ich da eventuell mich gleich zur Wehr setzen kann gegen die Typen. Weil ich komme ja leider aus der Richtung dann. Finde ich extrem ungeil, aber was soll's. Versuchen wir es einfach nochmal. So, jetzt müsste ich eigentlich... Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, da sind ein paar Zombies gespawnt, die habe ich zum Glück nicht gesehen. Ich kann ja auch entgegenlaufen und dir erstmal meine Zweitwaffe geben. Ähm, könntest du machen. Dann komm doch einfach mal Richtung Feuerwache gelaufen. Ah, ich muss echt den ganzen Weg außen rumlaufen, ne? Komplett. Echt am Ende von Beilo gespawnt. Am Ortsausgang quasi. Ich müsste jetzt gleich hinterm Krankenhaus sein, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich dachte eigentlich, dass die direkt dann von diesem Auto quasi... Ähm... Da sind sie wohl gespawnt. Marschieren? Ja, ja, gleich links in den Wald rein. Toll. Und dann hoch zu uns. So, jetzt bin ich am Krankenhaus. Das lasse ich einfach mal links liegen, im wahrsten Wurzeln. Und renne mal... Und renne mal in die Feuerwache. Hier ist komischerweise noch kein Zombie gespawnt. Und... Ha, ha, eine Knarre. Yeah. Und ne gute? Ne Mini-Usi silenced. Okay, keine Ahnung, ob mir das jetzt irgendwas bringt. Aber besser als nischt. So, jetzt kann ich nochmal umgucken. Schnell, ob ich da was finde. Was ist denn das? Oh, noch eine. Was ist das? Eine PDW. Ja gut, kann ich die denn als ne Handfeuerwaffe werden? Ähm, ja. Besser als ne Makarov auf jeden Fall. Ich glaube, in dem Spiel ist alles besser als im Makarov. Ja, wenn du die Makarov, wenn du jemanden damit triffst, also, wenn du das Ding schmeißt, das tut bestimmt weh. So. Hm. Hm, hm, hm. Wow, noch eine Knarre. Was ist das denn? Eine Mosberg. Mein Gott, nehm mal einfach mal mit. Sollts. Hey, ich muss dann aber unbedingt mal wieder ein bisschen leveln, ey. Die Punktzahl, die ich hier habe, ist ja schon nicht mehr schön. Wie viel hast du denn? 4.990. Ich hab 4.910. Gerade mal irgendwie noch so... Level 1 Hero. Hm. So, wo bist du? Ich komme jetzt hinten aus der Feuerwache raus. Ich, äh, komme jetzt gleich in Richtung, ähm, Supermarkt. Ich hab gleich einen Zombie an der Backe. Wo ist der denn? Wie, du bist jetzt gleich am Supermarkt? Naja, gleich nicht, also schon noch vielleicht eine Minute oder so. Boah, dann bist du aber ziemlich nah. Okay, ich mach dann doch eine größere Runde. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Na, ich hab einen gesehen, der lief da direkt am Zement. Ja, da bin ich schon drumherum. Bin hinten rum. Treffpunkt Supermarkt? Würde ich sagen, ja. Okay. Vielleicht können wir sie ja irgendwie von hinten erwischen. Mhm. Okay, auf jeden Fall steht an der Tanke immer noch der UAZ, den man dann eventuell mal klar machen könnte. Ich bin jetzt irgendwie doch bei der Feuerwache rausgekommen. Okay, na, dann rennen wir ein Stück weiter. Ich bin jetzt direkt am Supermarkt. Okay. Mann, 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 ey, da will man nur ein bisschen rachen, ey, und dann sowas. Scheiße, ey, echt. Das war jetzt ziemlich dumm. Wo bist du? Bist du auf dem Weg? Ich bin jetzt an der Feuerwache vorbei, ja. Okay, hinten oder auf der Straße? Ich komm jetzt auf der Straße. Okay. Glaub ich seh dich sogar? Nee, das ist ein Sommer. Okay. Jetzt siehst du mich. Ja, da kommt jemand gerannt, das seh ich. Jo. Vorsicht, hier vorne fangt gerade ein Zombie über der Straße. Komm mal am besten erst, komm mal vorne ins Kaufhaus rein. Er kommt eh zu dir hoch. Achtung, pass auf. Ja, ja, ich seh schon. Warte mal, ich hab SD. Jetzt dreht er, Achtung, er dreht, er dreht, er dreht, er dreht, Vorsicht. Oh! Oh! Vielen Dank.